Diese hier zum Kauf angebotene neuwertige 2-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich im Kreis Tuttlingen. Das im Jahr 2002 erbaute Haus verfügt über vier Etagen. Das Objekt befindet sich in der dritten Etage und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche sowie einen Keller. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 47 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 82.500 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. wieder auf die kleine E5000-E0050 bis 80.000 Euro. Das ist ein sehr wichtiges Mal. Die Schlafzimmer und die Schlafzimmer sind in Die Schlafzimmer und das Schlafzimmer werden von der K不知道, was die O. Sähe wälder sind. Musik 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 Vielen Dank.